Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Rayman Legends. Im letzten Part haben wir 20.000 Looms unter dem Meer quasi abgeschlossen. Den Boss haben wir bereits besiegt. Nur noch Gluck Gluck. Das Musiklevel nehme ich doch eigentlich mal an. Fehlt noch? Oder täusche ich mich da? Weil es sieht irgendwie so gar nicht wie eines aus. Doch, müsste doch, ne? Gluck 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 Gluck. Äh, ja genau und dann... Gluck 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 Gluck, ja. Äh, sterbe ich doch direkt mal. Gluck 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 Gluck. Wie kann man die denn einsammeln? Okay, ich bin jetzt mal ein bisschen leise fürs Musikleben. Jetzt schließe ich auf die Musik. Jedenfalls sollte es das. Entschuldigt. Gluck 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 Gluck. Gluck 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 Gl Untertitelung des ZDF, 2020 Ach ne, verdammt Genau beim ersten Kleidling Zumindest gibt es hier wieder Checkpoints Boah, diese Stellen sind echt mies Man muss im Prinzip nur laufen und springen Nix schlagen, nix gleiten, aber Man ist geneigt, das zu tun Okay, und hier muss ich wohl definitiv am Boden bleiben Tut mir leid, dass ich das Level so verhackstücke gerade Ach, kommt schon, ich bin noch gesprungen Nein, der Kleidling, nein, 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 muss ich einsammeln. Der war ja eigentlich kein Problem. Na also. Es geht doch. Hä? Wieso ist der zweite jetzt nicht dabei? Den haben wir doch auch eingesammelt, oder nicht? Ich bin irritiert. Ach, hier war erst der... Okay. Ich bin irritiert. Ich hätte schwören können, wir hätten den schon eingesammelt gehabt. Aber okay. Den war da nicht so. Nettes Level, aber... Nicht das stärkste Musiklevel von meinem Geschmack. Optisch finde ich es sehr schön, aber... Dieser Song ist halt, ja... mehr so auf lustig süß gemacht und... Ja, meins ist es jetzt nicht so. Trotzdem ein nettes Level. Es ist okay. Aber ich sag mal so, nach einem Meisterstück wie Eye of the Tiger... Ähm... Tja, das ist halt auch schwer zu toppen, muss man sagen. Das war einfach zu geil. Unglaublich. Du hast diese Welt von Albträumen befreit. Du hast diese fünf Glückslose absolut verdient. Okay. Na nun, wieso sind hier denn noch so... Viele kleine... Ah ja, okay, wir haben einen Heimgesuch-Level übersprungen oder zwei. Und hier und da noch mal ein paar einzelne. Aber gut, was soll's. Leute, zwei Level haben wir noch. Das sind so zwei Welten. Also dann erstmal... Olympus Maximus. Auf geht's. Oha. Viele schöne neue Level. Und ich bin mal gespannt. Wieder eine Welt. Das heißt ja jetzt wieder in einem komplett anderen Stil. Was wäre genau sowas zum Beispiel? Hab ich noch gar nicht gesehen. Aber man hat's bei der Werbung mal so eine Passage gesehen. Wo so kleine... Ja, diese fiesen Viecher da hinter Rayman hergerannt sind. Ganz viele davon logischerweise. Aber erstmal, das Level, das sieht doch hübsch aus. Was führst du im Schilde? Das würden wir auch gerne missen. Und ich hätte gerne... Ja, das Herz. Sehr schön. Ach, wie hübsch. Aber dass die uns immer noch Tipps geben, wie wir Items aus dem Boden ziehen, ist uns doch geläufig. Oh Gott, die ganzen Ums. Ich muss erstmal wieder runterkommen. Wir können ja eigentlich uns Zeit lassen. Wir sind ja wieder in so einem... So ein Level mag ich lieber. Schön gemacht. Ist so ein bisschen wie in einem Asterix-Comic, oder? Wenn man hier so durchläuft, kann man sich richtig vorstellen, irgendwie... Ich weiß ja nicht, was ihr in der Kindheit so für... Falls ihr überhaupt Comics gelesen habt. Aber bei mir war das auf jeden Fall... Ah, wie geil. Das Level kommt mit dem Schild. Richtig. Um den Satz noch zu vollenden. Ich hab immer... Hier, aus Entenhausen und... Ja, halt Asterix-Comics gelesen. Also lustige Taschenbücher und... Asterix und Obelix. So als kleiner Stöpsel. Und das Level kennt man ja auch aus Trailern. Und wie ich finde, auch wieder eine sehr geile Idee. Mit diesem Schild, den Kameraden schützen. Und was passiert eigentlich mit dem... Huah, Hilfe. Bleibst du eigentlich... Stehen, Globox? Wenn ich das Schild hier irgendwo einfach stehen lasse? Oder springt der jetzt... Ne, der springt nicht in den Tod. Das ist schon mal gut. So, bitte den Kleinling befreien. Los. Genau. Dankeschön. Oh nein. Dieser... Was ist das eigentlich für ein Vieh? Muss ich mir noch... ...was überlegen. Was meint ihr? Rosa-Vikinger oder sowas? Komische Knaben auf jeden Fall. Okay, jetzt wohl das Bombardement von oben abwehren. Aber ich will zum Beispiel hier halt auch diese Rümen, ne? Ich habe jetzt so kaum Zeit dafür, die auch noch mit... ...erauszuziehen. Ihr habt nie... Ich komme ja jetzt... Hier bitte den Kleinling. Genau. Globox hat's drauf. Das ist gar nicht... Ja gut, mega schwer ist es jetzt auch nicht. Aber dadurch, dass der... ...dass der Bildschirm... Moment. Der Bildschirm scrollt. Verschiebt sich natürlich dann auch die Position unseres Schutzschildes hier. Moment. Ich hätte gern genau... ...die Münze. Und hier bitte erstmal nach unten. Genau. Ich wollte gerade sagen, dass ich doch... Das ist doch perfekt für so eine versteckte Stelle für König oder Königin. Der Kleinling... Ja, warum bewegt der sich denn nicht nach links? Und wieso werden wir jetzt hier abgesetzt und nicht in diesem... ...Seitenlevel? Ich bin irritiert. Na gut. Auf ein neues, bitte. Aber wie ist denn das dann zu lösen? Ich bin noch ein wenig... Wenn ich das so rumschiebe, nicht, dass der dann wieder... Ja, der fällt da runter wie ein Sack Kartoffeln. Okay. Ah. Globox, möchtest du vielleicht hier mal draufspringen? Das ist sehr großzügig von dir. Ja, aber der Knabe bewegt sich ja kaum. Wo müssen wir denn hier hin? Wenn ich das jetzt so rumdrehe, genau. Dann fällt das ja auf ihn drauf. Und der feine Herr hält es ja scheinbar nicht für nötig, sich zu bewegen, ne? Ähm. Ja, dann beweg dich doch mal, du... Verstehe ich nicht. Also wenn ich jetzt hier zumindest mal wüsste, was er machen soll, ne? Wir hatten es schon ein paar Mal das Problem, dass ich... Die Kommunikation, welche natürlich nicht vorhanden ist, irgendwie sich schwierig gestaltet. Ja, wenn ich nach hier drehe, kippt das Ding auf ihn drauf. Wenn er hier kippe, fliegt er in die Zacken. Und er hält es ja scheinbar nicht für nötig, irgendwie... Vielleicht ganz, ganz schnell, irgendwie? Ne. Das ist... Ne. Boah, Leute, es tut mir leid, aber ich weiß gerade echt nicht, was ich hier tun soll. Wahrscheinlich ist es irgendeine ganz einfache und doofe Lösung. Ihr fragt euch schon an den Kopf, warum ich das nicht hinkriege. Aber irgendwie sehe ich es gerade nicht, was hier von mir gewünscht ist. Ja, um die Plattformen zu sehen. Ich meine, ich kann ja nur nach links und rechts drehen. Vielleicht irgendwie das so langsam ranrutschen lassen, sodass er aber nicht davon stirbt. Aha, tatsächlich. Es darf dann nur nicht zu schnell gehen für den feinen Herrn Globox. Ja, und jetzt? Ja. Das... Nö, das interessiert ihn nicht. Da passiert nichts. Vielleicht so rum? Aha, 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 okay. Das ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber wir kriegen das schon noch hin. Okay, hier macht er den Wall Jump. Sehr schön. Dann jetzt noch, damit er... Ja, komm schon, weiter kippen kann ich nicht. Ach, Moment, das will er auch gar nicht. Okay, jetzt haben wir es aber. Okay, etwas tricky, aber... Jetzt hat es gepasst. Man weiß halt einfach nicht, was die CPU, worauf die wartet, ne? Was sie sich quasi wünscht, wenn man so sagen will. Mit einem menschlichen Spieler könnte man sich ja absprechen. Irgendwie hier, schnell, fahr mich da und da hin. Oder mach mal dies und jenes. So, bitte genau die Rüge noch kaputt hauen. Wir wollen doch Looms einsammeln. So. Und wir schützen erst mal unseren Kameraden von dem Bombardement. Nein, 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 genau. Sehr schön, Robots. Du machst das fein. Aber ich finde, dieses Spiel ist wirklich, muss ich hier an dieser Stelle nochmal wiederholen, prädestiniert für die Wii U. Also ich finde, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit einer anderen Steuerung mehr Spaß macht. Sondern auf jeden Fall weniger. Also auch nicht gleich oder so. Ich finde, das ist einfach perfekt für das Gamepad. Durch den Touch-Bloom halt. Schlichtweg. Oha, wir kriegen die Globox. Krieg mal die Faust. Ganz neues. Globox, lande, genau. Machst du den fertig? Genau, und da unten, ich wollte gerade sagen, da ist doch im Nebel, hier im Rauch, nicht ganz so gut versteckt. Ja, von wegen. Den hat man doch, apropos, den hat man doch gesehen. Warte, war die Münze gerade schon da? Nicht so blind? Moment mal. Von hier lieber. Ach nee, dann besiegt er sie auch, schade. Und nein, 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 wir hätten da rauf gemusst. Stirb mal bitte. Oder Moment, wie war das? Wir können doch hier Sequenz... Nein. Genau, ja. Da oben, aber ich glaube, wir sind zu spät. Das war sowas von... Da war doch was. Naja, gut, okay, egal. Weil oben in den Wolken, das sah so stark danach aus, als wäre da irgendwie nochmal so ein... Uh, Geheimgang. Das war schon sehr verdächtig. Okay, bitte ganz nach oben hier. Klobox, ja, okay, von mir aus dann so. Was war mit Sicherheit die Königin? Oder der König, ich weiß nicht, was von beiden wir schon eingesammelt hatten. Möchtest du vielleicht einfach auf dem Schild landen? Dankeschön. Einfach Rübe zum Mittagessen. Ne, ne. Bitte nicht. Hedenfalls nicht alleine. Oh no! Wie fies! Ja, ha, ha, ha. Witzig. Oh nein, und er hat uns erwischt. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber auch wieder eine schöne Idee. Ich weiß, das sage ich verdammt häufig, aber... Ich finde es einfach cool, dass sie sich hier für jede Welt, dass ich so komplett neue Ideen habe einfallen lassen. Auch wenn ich jetzt mal gespannt bin, wie die das hier in den weiteren Leveln umsetzen. Komm schon, nimm den Kleinling da unten, genau. Guter Junge. Okay, das war's, aber... Also ein... Zwei Kleinlinge haben wir sogar verpasst. Nicht nur den einen irgendwo am Ende. Hä, aber den hat der doch eingesammelt. Und das war doch der letzte. Ich bin irritiert. Naja, gut, was soll's. Okay, Olympus Maximus. Ein Level schaffen auf jeden Fall noch. Also weiter geht's. Naja, zumindest bei dem König oder Königin, ich weiß es gerade nicht. Königin ist es, glaube ich, ne? Ne, doch. Oben die Symbole, ich kann sie nicht auseinhalten. Ich glaube, Königin, egal. Auf jeden Fall, da bin ich mir doch recht sicher, dass ich weiß, wo die war. Okay, jetzt bin ich gespannt. Auf das Level freue ich mich. Kreaturen der Finsternis. Also nicht, dass ich's schon kennen würde, aber ich fand einfach in den Trailern diese... Diese, ja, diese kleinen Kreaturen der Finsternis, die sahen extrem cool aus. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt auf den ersten Level mit diesen komischen Viechern. So, und ab sofort müssen wir wahrscheinlich, genau, hier ordentlich Gas geben, oder? Ah, ab jetzt. Hier sehen wir. Die sehen auch richtig hübsch animiert aus, finde ich. Auch wie die so erst friedlich sind, ne? Wenn ich weiter weg bin, oder? Ne, 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 jetzt sind sie angesteckt. Jetzt sind sie horny. Okay. Oh, oh, oh. Den Kleinling da unten muss rein. Ach Gott, jetzt hab ich die... Kommen die überhaupt noch? Ich bin grad irgendwie irritiert. Hätte man hier langlaufen können, oder was? Ich weiß es nicht. Egal. Okay, die Loomens haben wir ja dann schon mal glureich versenkt. Ja, ne, hier einfach entlanglaufen. Tatsächlich, das kriegt der hin. Ist ja verrückt. So, erstmal den Kleinling, bitte. Zumindest davon scheinen wir dann bislang alle zu haben. Hier, jetzt sehen wir es nochmal, ne? Dieses, dieses Switchen von grün auf rot. Okay, ich hätte jetzt gedacht, hier geht's weiter. Aber in der Tat, das erste... Kleine Level für König oder Königin. Königin war ja, glaub ich, immer als erstes. Oh, doch, ich will die Looms haben, bitte. Okay, das war mein Tod. War ja irgendwie klar, ne? Aber ich freu mich auf die weiteren Level hier. Sieht richtig nice aus. Ich will jetzt nicht sagen, es kommt meine Lieblings... Genau an derselben Stelle. Ich will jetzt nicht sagen, es könnte meine Lieblingswelt werden. Aber wer weiß. Vielleicht. Also bislang gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut. Ich finde die Idee mit dem Schild, finde ich, klasse. Und... Ja, einfach so vom Flair. Ich meine, jetzt gut hier, gerade diese Mini-Passage meine ich damit jetzt nicht. Aber so vom Stil des Levels, vom Design. Oder von dieser Welt allgemein. Nicht nur von diesem einen Level. Oha. Und es war das Zweite. Wir haben also definitiv was verpasst. Autsch. Und wo... Okay, Prinzip verstanden. Da unten sind Knochen. Da müssen wir... Ich hätte gedacht, das wäre das Secret, wo man hin muss. Okay, wer hätte das... Wie soll das denn gehen? Wieso das denn gehen? Sind diese... Moment, Moment, Moment. Was sind das für lila, ne Pilze? Die haben doch bestimmt irgendeine... Hammer, die schlagen... Ah, tatsächlich. Okay, und dieses Licht macht die... Was passiert mit euch? So weit kann ich in euch rein? Ah, tatsächlich. Wie cool ist das denn? Was bringt die also richtig um? Hä? Auch nicht schlecht. Okay, aber irgendwo... Fehlen noch keine Länge. Definitiv. Aber hier nicht. Schade. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich... Moment, 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 zurück. Was ich davon halten soll, dass Raymond jetzt hier die Wand hochkreden kann. Vor allen Dingen ist das nervige. Wenn man es einmal abgebrochen hat, kann man es nicht mehr, wie wir hier sehen. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie ich das machen sollte. Ach, komm schon, Raymond. Ja, genau. Mit ein bisschen... Ein bisschen mehr Mühe klappt das doch. Oh, verdammt. Ich will da rüber. Ich meine, das wird wahrscheinlich... Oha, ein Kleinling. Eh nicht der beste Versuch hier werden. 290, wir sind über die Hälfte. Wir haben das große... Äh, den großen Kleinling... Oh Gott. Den zweiten großen Kleinling noch nicht. Ja, hier ist zum Beispiel so eine Stelle, da finde ich es etwas verwirrend. Ich meine, gut, jetzt habe ich es geschnallt. Einfach durchlaufen. Aber... Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Genau. Die Münze bitte noch. Aber vom Stil her sehr schön. Besonders diese kleinen Viecher, finde ich, sehen einfach nur grandios aus. Richtig schön gemacht. Boing. Aha. Es lohnt sich also, auch die kleinen Dinger hier nochmal auszupacken. Nochmal einen Kleinling. Wer hätte das gedacht? Und dann fehlt, abgesehen von dem großen, den wir irgendwie vergessen haben, auch nur noch einer. Und da ist er. Allerdings bei dem großen habe ich keine Ahnung. Das war ja schon relativ... Nein, nein, nein. Verdammt. Schon relativ am Anfang muss das gewesen sein. Naja. Die Looms fehlen auch massenweise. Ich meine, gut, ich finde es nicht wirklich tragisch. Aber trotzdem... Beeilung. Noch mehr Beeilung. Und jetzt vor allen Dingen, genau. Die Raketen. Und die wird es schwierig. Oh mein Gott. Nein, da wären noch richtig viele Looms gewesen. Verdammt. Beeilung. Ach, cool. Aber der Levelabschluss war wieder richtig klasse. Und hätten wir den... Ja, 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 ein paar mehr Looms. Also es ist gut machbar in dem Level. Schade. Wenn wir den einen großen noch eingesammelt hätten. Und hier jetzt zum Abschluss. Wenn man da etwas weiter links hätte ich die Stampfattacke machen müssen. Ich meine, das wusste man vorher natürlich nicht. Was da jetzt unten noch alles folgt. Aber es war einiges. Schönes Level. Und ich bin gespannt auf das nächste. Allerdings haben wir erstmal wieder eine... einen Skin der Barbarin da zu befreien. Ich finde es schade. Ich finde, da hätten die ruhig auch mal irgendwie nochmal von den anderen Charakteren was einbauen können. Als immer nur das Mädel. Aber, naja, gut. Was soll's. Rette Olympia. Und Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Euer Gordrak. Ciao.